Ich lerne Deutsch. Nummer 15356 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Eine Freundin hat mir einen guten Tipp gegeben. Eine Freundin hat mir einen guten Tipp gegeben. Jetzt weiß ich, wie ich besser programmieren kann. Eine Freundin hat mir einen guten Tipp gegeben. Jetzt weiß ich, wie ich besser programmieren kann. Die Wertschätzung der eigenen Leistung ist wichtig für ein gesundes Erfolgsempfinden. Die Wertschätzung der eigenen Leistung ist wichtig für ein gesundes Erfolgsempfinden. Es ist wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend für die körperliche Gesundheit. Der Weg nach oben ist einfach, wenn man ihn Schritt für Schritt erklimmt. Kaum jemand geht frühmorgens ins Fitnessstudio. Ich trainiere alleine. Kaum jemand geht frühmorgens ins Fitnessstudio. Ich trainiere alleine. Heute habe ich einen großen Haufen Wäsche zum Bügeln. Heute habe ich einen großen Haufen Wäsche zum Bügeln. Heute habe ich einen großen Haufen Wäsche zum Bügeln. In einigen Kulturen werden ausgefallene Milchzähne begraben oder vergraben, um das Wachstum der bleibenden Zähne zu fördern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.